Ich weiß, dass du da hinten stehst, Digga. Ja, aber klar! Was schluckst du denn, Alter? Du schluckst ja mehr als... Weiß ich nicht, Alter. Was geht mit dir ab, Alter? Paragraf 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage-Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, meine Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage. Und willkommen zu einem 1 gegen 1 gegen den Jojo, stelle ich dir mal vor. Hallo, meine lieben Freunde, hier ist euer Jorginio und ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall. Gerade hat der Danny schon gut eins auf die Nase bekommen und dann sind irgendwelche Einstellungen kaputt. Nee, nee, das ist ja nicht so. Und zwar, er hat mich einmal gekillt, dann wollte ich was umstellen. Habe ich aus Versehen, ich habe zwei Monitore. War der Bildschirm auf meinem anderen Monitor, deswegen darf er mich jetzt einmal killen, damit ich keine Ausdehlen oder so habe. So sieht's aus. So. Okay, wo bist du? Ja, warte, ich bin noch im Spawn, Alter. Ich lauf jetzt los. Du darfst mich killen, ich bin hier. Und wir müssen natürlich sagen, bevor wir jetzt anfangen, wir spielen erste Runde mit dem Xbox Controller, zweite Runde mit Tastatur und Maus, Freunde, damit das auch ein bisschen spannender bleibt. Ja, ich bin hier. Wo bist du? Ja. Wie lange das gedauert hat, obwohl ich da nur gestanden habe, Alter. Alter, die Presse. Wie peinlich, Alter, wie peinlich. Digga, wie peinlich, Alter. Ich stehe da nur rum, Hauptsache er ballert erstmal richtig lange drauf. So, Jungs, was ist los? Das war nur Glück, Digga. Digga, ich lasse dich nicht gewinnen, Alter. Ich lasse dich auch nicht gewinnen. Es wäre dir scheißegal. Wo bist du? Suche dich. Du suchst mich? Ja. Aha. Alles klar. Wieso findest du mich da noch nicht? Oh, mein Aiming, Alter. Alter, ich kann gar nicht zielen, Alter. Scheiße, hör doch auf, Mann. Man muss sagen, man muss sagen, das ist die Dingsda, das ist die Nervosität, ne? So übel heftig, Alter. Nicht nur die Nervosität, Alter, das ist auch, man hat hier kein Auto-Aim mehr. Aha, erzähl mir mehr davon. Digga, erzähl mir bitte mehr davon, Alter. Ich wünschte, du könntest mir mehr davon erzählen, Alter. Nein! Oh Gott, Alter. Ich stimme nicht auseinander, ist mir scheißegal, ey. Du wirst nicht gewinnen. Es geht bis 20 übrigens. Wir werden sieger... Also, ich werde sieger. Okay, Digga, wo bist du, Alter? Hör auf, dich zu verstecken. Es lauft die ganze Zeit rum. Aha, ist klar, Alter. Soll ich die magische Miesmuschel fragen? Nein. Okay. Was ist die aus dem Spiel? Alter, die ist übelst abgegangen, ne? Ja. Alter, Digga, oh, ist das... Ist die Aufregung pur, Alter. Aufregung pur, Leute, das geht gar nicht klar. Digga, fang ich nicht so früh, Alter. Wow! Du musst doch dazu wissen, Danny hat immer zu mir gesagt, ich wäre übel schlechte Spieler. Aber ich habe zu ihm gesagt, wenn ich den Xbox-Controller in der Hand habe, ist es vorbei mit ihm. Ja, Leute, ich bin aufgeregt, weil ich habe das Gefühl, dass... Natürlich, ich unterschätze ihn zum Teil, aber er ist für mich nicht so gut jetzt, ne? Aber jetzt habe ich Angst, für mich nicht so gut einen Spieler zu verlieren. Und ich habe übel Herzklopfen, dass ich doch gegen ihn dann verliere. Das ist schon ein bisschen so problematisch jetzt, ne? So würde ich jetzt... Ich wusste, ich... Wow! Wow, Alter! Was denn, was denn? Was denn? Der Blitz kam, Digga! Digga, du bist tot, Alter! Digga, du bist einfach tot gewesen! Jetzt bin ich tot. Scheiße, ich wusste, dass du das spawnst! Ja, ich werde mich jetzt ein bisschen beruhigen. Ein bisschen normaler spielen. Ich kann mich jetzt auch nicht so aufs Reben konzentrieren, Alter. Ja, weil du schlecht bist. Du bist schlecht, Alter! Ja, deswegen werde ich jetzt auch gewinnen. Mach Aim-Bot aus, Digga! Digga, eh, nö! Nö! Man kann ganz deutlich erkennen, dass ich Aim-Bot anhabe. Ihr versucht zu messern, Alter! Panik-Kneifen! Oh Gott, wie schlecht du bist! Alter, du bist ja übel schlecht am Aimen gerade! Warum habe ich dich nicht gekillt? Ja, weil du schlecht bist. Vor allem, ich habe manchmal so das Gefühl, hier gibt es so kleine FPS-Lags. Da frage ich mich, was hat der Giorgio wieder angerichtet? Wieso hackt der die ganze Zeit? Das ist hier so die Frage, wisst ihr? So, wieso hackt der Giorgio? Na, wieso hackt der Giorgio? Brauchst du das zufällig, Giorgio? Ich weiß, dass du da hinten stehst, Digga. Ja, aber klar! Was schluckst du denn, Alter? Du schluckst ja mehr als... Weiß ich nicht, Alter! Was geht mit dir? Ab, Alter! Boah, ey! Ey, was geht gerade? Alter, wenn ihr mich jetzt killt, wenn ihr mich jetzt... Boah! Boah, Alter! Mein Blutdruck, ne? Ja, Digga, das ist... Ich will dich einfach nicht so, ne? Ich mache es dir halt ein bisschen einfacher, damit du auch eine Chance hast. Oh Gott, mein Aim, Alter! Nein, Alter! Mama! Warum? Ich hab dich noch angefragt, Mann! Das ist diese scheiß Auffregung, Alter. Das ist schrecklich, Alter. Digga, ich bin auch übertrieben aufgeregt, Mann. Das geht gar nicht klar. Mich gar nicht klar, ne? Mich auch, Alter. Das ist richtig heftig. Eigentlich wäre gar kein Bock mehr. Ich wünsche mir, wir hätten das gar nicht gemacht. Nein! 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 Mann! Warum sieht der mich? Scheiße! Lass mich in Ruhe. Nimm das! Ja? Na, was? Was? Alter, das ist dein Ernst, Lars? Alter, mit der Blatt gerade hat der Deppich umgebracht. Alter, hoffentlich kann ich jetzt gleich... Komm! Ja! Das ist dein Ernst wieder geholt, Freunde! Digga, ich führe mit drei Kills. Das ist dir klar, oder? Was? Ich führe mit drei Kills. Ja, und ich führe mit... Na ja, mit was? Mit deinem Penis, oder was? Ja, Alter! Geht zopfen! Du hast mich auch gestunt. Wo bist du? Da! Wo bist du? Komm her! Jetzt die ganze Versuche am Headlitchen, ne? Ja, na und? Aus der Hüfte! Ja, Mann! Das ist einfach die Aufregung. Eigentlich habe ich so ein geiles Aim, ne? Ja, ich auch eigentlich, Alter! Mhm, genau. Boah, ich bin gleich froh, ne? Wenn du verloren hast? Nein, Mann, ich werde nicht verlieren. Alter, ich treffe dich gar nicht, Alter. Alter, ich treffe... Leute, habt ihr das gesehen, Alter? Ich kann gar nicht... Gar nicht mehr, Alter. Gar nicht mehr. Du bist echt da, Alter! Ich kann gar nicht mehr. Boah, Alter! Was zittern am Körper? Digger, wie schwer das ist, Alter! Ey, ich will... Man muss ja sagen, der Jojo und ich sind so kleine Konkurrenten, so im Innerlichen. Das wissen wir aber gar nicht. Aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und wir wollen um alles auf der Welt nicht verlieren. Ey, das ist bei uns richtig... Deswegen, ähm... Es ist wirklich heftig. Und deswegen werde ich locker gewinnen. Ich mach das ganz kurz und knackig. Vor dem Auf. Nein! Ganz einfach. Nein, Alter! 15 zu 11, Digger. Ganz einfach. Was schluckst du denn für Tabletten, Junge? Hör mal auf, damit du... Ganz einfach mach ich den Jojo platt hier. Digger, ganz einfach. Mach ich... Dreh ich mich um und sterbe. Ganz einfach, Alter. Oh, Alter. Ich kann mich auch gar nicht aufs Reden konzentrieren. Das ist richtig schwer gerade. Ich muss auch dazu sagen, ich hab jetzt schon ewig nicht mehr mit Xbox-Controller gezockt. Aber wenn ich jetzt bald meine Xbox habe, Freunde, dann werde ich auf jeden Fall mehr mit Danny machen. Und dann werde ich auch mein altes Beast-Aim wieder hinkriegen. Hatte ich jetzt auch gesagt. Erzähl mir mehr davon. Alter, wo... Ey, wo war... Du warst doch beim Auto, Digger! Ja, Digger, ich teleportier mich halt gerne. Bist du Son Goku oder was? Ich bin Vegeta. Okay, alles klar. Dann besiege ich dich immer. Genau wie ist der Goku Vegeta. Ja, Digger, wenn du das schon so sagst. Aber Jojo, keine Sorge, Alter. Wir spielen doch noch mit... Dings, der Controller danach. Tastatur meinst du? Du, mich auch. Alles wird gut. Jojo redet viel, wenn der Tag lang ist. Ja, das habe ich von dir gelernt. Keine Sorge, das wird nicht lange dauern, Jojo. Du bist so. Du bist so, Alter. Ich bin weg, Digger. Ich laufe die ganze Zeit hier rum. Aber ohne Scheiß, mein Aiming ist total weg. Es ist total im Arsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Aiming nur so schlecht ist, weil das Auto-Aim weg ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach, das hat viel damit zu tun, glaube ich. Natürlich, ja, ja, klar. Aber Digger, das ist... Ich zitter richtig. Und das ist richtig schlimm jetzt gerade. Wow, 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 wow. Alter, bei mir ist auch richtig heftig. Ich klebe schon fast an meinem Bildschirm. Ich glaube, man sieht nur noch meinen halben Kopf. Nein. Nein. Doch, doch, doch. Alter, scheiße. Ich muss jetzt Gas geben. Musst du? Noch zwei Kills, Digger. Du bist du. Du bist du. Alter, jetzt, okay. Ich konzentriere mich jetzt richtig heftig, Freunde. Sehr mehr. Geil, Alter. Ja, Jojo, hast du verloren? Oh. Ich bin richtig ins Krieg, Alter. 20 zu 13. Oh. Ich war ja wesentlich besser als du. Warte, wie stand es am Anfang nochmal? 1 zu 5 für dich. Und jetzt die 20 ist... Alles klar, Jojo. Aber wir spielen ja nochmal mit Maus. Genau. Ich tu den... Was heißt Joystick ausstecken, Freunde? Ich steck ihn aus, Jojo. Gut, Leute. Mit Maus. Warte, warte, warte. Alter, dieses Scheiß-Karp... Mann! Verpiss dich, Joystick! Ich fang mich an, solange... Ich kill dich nicht, solange ich dich nicht killen darf, ne? Solange, wenn du nicht spielst, kill ich dich nicht. Ne, warte, ich komm jetzt... Ich muss jetzt zurechtkommen, kurz. Alles für die Rolle, Freunde. Ich geh einfach mal rein, jetzt schon mal. Ja, ich bin auch schon drin. Und ein bisschen die Dings dabei. Ich hab lange nicht mehr mit Maus gezockt. Lange, lange, lange. Ja, ich auch nicht so gut controller. Genau. Weil ich bin bereit, Alter. Ja, ist schön. Und jetzt? Erzähl mir bitte mehr davon. Oh, das wird schwer. Aber gut, ich gewinne trotzdem. Das sollte nicht so schwer sein. Jojo ist nicht so ein guter PC-Spieler. Nein, ich spiel auch erst seit einem Monat. Ich spiel auch nicht so lange. Achso. Ich spiel auch nicht so lange.